Papa Papa Das ist Papa Ich glaube es hackt Ahoi Leute, haut rein! Ja, endlich mal wieder ein Video. Letzte Zeit haben wir irgendwie nicht wirklich geschafft, eins zu machen. Das letzte war jetzt wirklich das Kochvideo. Und danach hatten wir jetzt wirklich jeden Tag super viel zu tun. Ja, und die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr aufregend. Nämlich waren wir unter anderem bei Radio Loro. Das ist der regionale Radiosender in Rostock. Und haben da ein 20-minütiges Interview gegeben. Also mit Musik waren es 20 Minuten, also ein bisschen weniger. Das komplette Interview könnt ihr auch euch anhören, wenn ihr möchtet. Ohne Musik allerdings, weil ich das natürlich auf YouTube nicht hochladen darf. Das habe ich nochmal extra hochgeladen. Das findet ihr irgendwie hier im Video verlinkt, wenn ich es nicht vergessen sollte. Oder halt auf jeden Fall unter dem Video. Außerdem hat, wie ich schon mal erzählt habe, die Nika, eine YouTuberin, die bei uns zu Besuch war, ein kleines Video gedreht, wie sie uns sozusagen gefunden hat und kurz mal drin war. Leider war sie nur so kurz drin. Und sie meinte auch im Video, sie hätte uns ein bisschen überrumpelt, weil wir auch gerade mit zwei anderen Leuten im Gespräch waren. Aber ja, hat sie eigentlich nicht. Also ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn sie noch ein bisschen länger geblieben wäre. Aber gut, so ist es halt. Aber am nächsten Mal vielleicht, hoffentlich bleibt sie etwas länger. Ja, dann stehe ich hier gerade im Lager, wie ihr seht. Und es sind wirklich schon ein paar Sachen angekommen, die wir für unsere Küche später brauchen werden. Auch wenn es hier noch ein bisschen chaotisch aussieht. Ja, der Kühlschrank auf jeden Fall ist schon da. Und auch noch ein paar kleine Geräte. Und wir hatten jetzt vor kurzem gerade eine gebrauchte Spüle gekauft, wo sich dann leider herausstellte, dass die Spüle ein paar Zentimeter zu lang ist und quasi nicht in die Küche passt. Da ja, an dem Tag war die Stimmung ziemlich gekippt, sozusagen. Aber wir haben eine Lösung gefunden am nächsten Tag und haben sozusagen das Stück da vorne abgesägt, abgeflext. Und in der Küche sieht es dann jetzt so aus. Ich nehme euch mal mit. Ja, das ist jetzt sozusagen unsere Spülstraße. Hier fehlt immer noch die Spülmaschine. Die sollte hoffentlich die nächsten Tage auf jeden Fall kommen. Und wir haben hier auch zwei sehr viel größere Waschbecken, als es vorher waren. Also vorher war wirklich ein Waschbecken. Das war, ja, wisst ihr ja noch von den Videos, also vielleicht vielmals so groß wie dieser Behälter da in der Mitte. Und das hätte wirklich für unsere Behälterse nicht gereicht. Also wir werden ja wirklich, ja, Geschirr spülend in dem wahrscheinlich und Gemüse waschen und so weiter müssen wir in einem extra, in einem extra Behälter. Können wir nicht denselben machen, dürfen wir auch nicht denselben machen. Deswegen wird das wahrscheinlich in dem passieren. Und da kommt dann halt das Geschirr rein. Und ja, unser Held ist auch schon da. Sollte er ursprünglich ein Gasherd werden, ist es jetzt doch nicht. Aus vielen verschiedenen Gründen haben wir jetzt einfach einen Ceranherd, äh, Ceranherd, Ceranherd. Einen Ceranherd und dann den Breedarm. Und hier wird auch der Kombideffer reinkommen, der hoffentlich demnächst dann, ja, auch noch ankommen wird. Damit wir demnächst mal anfangen können, ein wenig zu kochen. Ja, und noch was anderes, sehr nervenaufreihen, dass das passiert. Und zwar kriegen wir einen Großteil oder einen großen Teil unserer Ware auch von einem Großhändler namens Terra. Und ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit auf unsere Gewerbeanmeldung gewartet, dass wir dafür endlich alle Sachen zusammen haben. Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, erzählt. Und dann hatten wir endlich alles zusammen und konnten das endlich an Terra schicken, um dann sozusagen in deren, ähm, ja, Verteiler aufgenommen zu werden. Also, dass wir auch von denen Ware beziehen können. Und dann hieß es plötzlich, wir nehmen keine Kunden mehr an, weil sie halt ausgeleistet sind. Ja, das war dann auf jeden Fall noch ein Tag Aufregung und hinterher telefonieren. Und dann hat es zum Glück doch noch irgendwie geklappt. Sonst hätten wir ziemlich alt ausgesehen. Dann hätten wir, glaube ich, ähm, ja, größtenteils eigentlich nur, eigentlich hätten wir nur Gemüse gekriegt, nämlich von anderen Händen der Region. Also Gewürze, Salz und so weiter. Und, ähm, sag ich jetzt mal, Sojaschnetzel oder Tofu oder sowas in der Richtung, hätten wir gar nicht beziehen können. Das wäre vielleicht nicht so weiter schlimm gewesen. Aber was die Gewürze betrifft, ja, wäre das schon sehr viel schwerer gewesen. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Ja, der Gastraum sieht auch schon ein bisschen aufgeräumter aus. Ähm, wie ihr seht, ist der Dresen endlich mal abgeräumt. In den letzten Videos war das immer noch alles vollgestellt. Oh ja, um einfach mal zu sehen, wie das nachher so ein bisschen aussehen wird. Ja, ein paar Lampen sind auch schon an der Wand. Und wir haben ein paar Freunde, die uns ein bisschen die Bäder verschönert haben. Es ist noch nicht alles komplett, aber ich zeige es euch mal ganz kurz. Und zwar haben wir hier einen schönen grünen Streifen. Einfach mal, um dieses triste Weiß so ein bisschen auszugleichen. Außerdem, um ein bisschen Verbindung zur grünen Kurvise herzustellen. Und sie haben hier einen schönen Spiegel gemacht, der jetzt noch nicht ganz fertig ist. Deswegen zeige ich ihn auch nicht sehr viel länger. Ja, was ihr jetzt noch nicht gesagt habt, ist, wann die Eröffnung ist. Obwohl ich das an ein paar Stellen schon mal geschrieben habe. Die Eröffnung wird am 4.7. sein. Das ist ein Samstag. Und wir werden um 11 Uhr aufmachen. Und dann wird das Ganze bis 9 Uhr gehen. Oder halt auch noch länger. Je nachdem. Ja, wenn ihr Lust habt, an den Tag zu kommen, dann kommt auf jeden Fall. Ansonsten halt auch gerne die Tage danach. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Und Milan, kommst du in die Küche? Hallo, Milan. Oh, oh, oh. Mama. Papa. Papa. Ja, das üben wir noch. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.